Letzte Woche haben wir uns die erste Phase des Westfeldzuges 1940 Fall Gelb angesehen. Am Ende von Fall Gelb waren die Beneluxländer besiegt und besetzt, das britische Expeditionskorps war vom Festland geflohen und Teile der französischen Armee waren geschlagen worden. Der Krieg war aber noch nicht vorbei. Wie ging es nun weiter? Die zweite Phase des Feldzuges Fall Rot war eine Großoffensive auf ganzer Frontbreite, von der Maginot-Linie an der Schweizer Grenze bis zur Kanalküste. Die starken Verluste der Alliierten hatten zu einem Übergewicht der deutschen Truppen geführt. Die Franzosen hatten daher so gut wie keine Chance mehr, die Wehrmacht zu stoppen. Zudem war ein Großteil der verbliebenen französischen Einheiten statisch in der Maginot-Linie gebunden, während die Deutschen in die Tiefe des französischen Raumes strömten. Die Luftwaffe besaß zudem die absolute Luftherrschaft in Frankreich und die französischen Straßen waren mit bis zu 10 Millionen zivilen Flüchtlingen verstopft, was noch mehr Chaos und Panik verursachte. Die Offensive begann am 5. Juni durch die Heeresgruppe B. Die Franzosen leisteten jedoch erbitterten Widerstand und verteidigten nun gestaffelt in der Tiefe, anstatt konzentriert auf einer Linie. Damit konnten sie die Deutschen drei Tage lang aufhalten und ihnen schwere Verluste zufügen, den deutschen Siegeszug letztlich jedoch nicht stoppen. Am 9. Juni wurde Rouen erreicht, am 14. Juni Paris. Der französische Raum war offen. Am 17. Juni konnte zum Beispiel Rommels Panzerdivision an nur einem Tag 240 Kilometer vorrücken. Am 9. Juni griff auch die Heeresgruppe A an. Sie erreichte die Schweizer Grenze bereits am 17. Juni. Den aus Deutschland vorrückenden Einheiten der Heeresgruppe C gelang zudem der Durchbruch durch die Maginot-Linie. Am 19. Juni konnten die deutschen Heeresgruppen A und C in diesem Raum Verbindung miteinander aufnehmen. Rund 500.000 Franzosen waren nun in Lothringen eingekesselt. Italien hatte am 10. Juni den Franzosen den Krieg erklärt, zu einem Zeitpunkt, als Frankreich praktisch schon besiegt war. Trotz hoher zahlenmäßiger Überlegenheit erreichten die Italiener bei ihrer Offensive nur geringe Erfolge. Am Ausgang des Kampfes hatten die Italiener keinen Anteil. Dies sorgte im deutschen Generalstab für erste Zweifel, inwieweit die italienischen Streitkräfte als Verbündeter taugten. Ende Mai hatte der französische Ministerpräsident Renault den 84-jährigen Marshal Pétain zu seinem Stellvertreter ernannt. Als Renault nun am 17. Juni mit seinem Vorschlag, den Krieg fortzusetzen und Churchills Plan einer britisch-französischen Allianz, welche unter anderem eine gemeinsame Staatsbürgerschaft und Währung vorsah, die französische Regierung nicht überzeugen konnte, trat er zurück. Pétain wurde neuer Regierungschef und bat bereits am 18. Juni Deutschland um Waffenstillstandsverhandlungen. Charles de Gaulle rief am gleichen Tag die Franzosen über den Rundfunk auf, den Kampf fortzusetzen. Am 22. Juni wurde schließlich der Waffenstillstand von Compiègne geschlossen. Die Deutschen wählten den Ort mit Bedacht. Dort hatten sie 1918 den Waffenstillstand unterschreiben müssen, welcher zum Frieden von Versailles geführt hatte. Unter umgekehrten Vorzeichen fand nun die Kapitulation der Franzosen statt. Elsass-Lothringen kam wieder zu Deutschland. Der Norden und Westen Frankreichs blieb besetzt. Die Kosten hatte Frankreich zu tragen. Die Besatzung sollte nach einem Sieg über England reduziert werden. Im Süden durfte ein französischer Rumpfstaat von Vichy aus regiert weiter existieren. Die französische Armee wurde analog dem Versailler Vertrag auf 100.000 Mann reduziert, demobilisiert und abgerüstet. Die französische Flotte sollte abgerüstet werden und in den Heimathäfen verbleiben. Französische Kriegsgefangene sollten erst nach einem Friedensvertrag freikommen. Dies fand jedoch nicht statt und die Franzosen konnten erst 1945 nach Hause zurückkehren. Am 24. Juni wurde zudem der italienisch-französische Waffenstillstand unterzeichnet. Die letzten isolierten französischen Festungen in der Maginot-Linie kapitulierten Anfang Juli. Von England aus führte Charles de Gaulle als anerkannter Anführer der freien Franzosen den Kampf an der Seite Großbritanniens fort. Luxemburg wurde annektiert und wie eine Provinz des Reiches behandelt. Die Niederlande bekamen einen Reichskommissar, Arthur Seyss-Inquart, siehe auch Episode 94, und blieben bis 1945 besetzt. Belgien musste im Osten Eupen-Malmedie an Deutschland abtreten. Flamen und Wallonen wurden in Belgien unterschiedlich behandelt. Von London aus kämpften sowohl belgische als auch niederländische Exilstreitkräfte weiter gegen Deutschland. Mehr Details dazu jedoch im nächsten Video, in dem es um die besetzten Benelux-Länder gehen wird. Der deutsche Sieg wirkte wie ein Schock auf die Welt. Dass die Wehrmacht die Franzosen, die teilweise als stärkste Militärmacht der Welt angesehen wurden, innerhalb von sechs Wochen geschlagen hatte, war für viele unbegreiflich. Die deutsche Propaganda schlachtete den Sieg aus und strieb ihn der neuen Taktik zu, dem Blitzkrieg. Letztlich war dies jedoch weniger eine neue Taktik als eine Fortsetzung der bereits im alten Preußen entwickelten Methode der schnellen beweglichen Kriegsführung. Der Sieg wäre zudem ohne das entschiedene Handeln der Befehlshaber der Panzerverbände wie Guderian und Rommel und das starre, unflexible und teilweise ängstliche Verhalten der Alliierten nicht möglich gewesen. Außerdem spielten Faktoren wie moderne Taktiken, Kampferfahrung und Zusammenspiel der verschiedenen Teilstreitkräfte eine große Rolle. Zuletzt erwiesen sich die deutschen Kommunikationstechnologien denen der Franzosen als überlegen, da sie schnell und flexibel waren und zeitnahes Agieren und Reagieren ermöglichten. Trotz des schnellen Sieges waren die Verluste auf beiden Seiten jedoch sehr hoch, was für die Heftigkeit der Kämpfe spricht. Die Deutschen verloren 700 bis 800 Panzer, mehrheitlich Panzer 1 und 2. Die Luftwaffe verlor zwischen 1200 und 1600 Flugzeuge, weitere 300 bis 500 wurden beschädigt. Laut 1944 von der Wehrmacht erstellten Berichten starben 46.059 Soldaten, 27.074 direkt in den Kämpfen, die anderen später an den Folgen. Dazu kamen 3.200 Tote und Vermisste bei der Luftwaffe und rund 700 Tote und Vermisste bei der Kriegsmarine. 110.000 Mann waren verwundet worden. Die Italiener hatten rund 640 Tote, 4.700 Verwundete und 600 Vermisste zu beklagen. Die Briten und Franzosen verloren einen Großteil ihrer Panzer, allein die Franzosen rund 1750. Die Briten verloren zudem über 1000 Flugzeuge, fast die Hälfte davon waren Jagdflugzeuge, die nun für die Verteidigung Großbritanniens fehlten. Die Franzosen verloren zwischen 800 und 1300 Flugzeuge. Die Briten verloren durch die Evakuierung aus Dünkirchen den Großteil ihrer schweren Ausstattung. Nahezu alle Panzer, über 2400 Geschütze und 64.000 Fahrzeuge aller Art. 243 britische Schiffe, darunter 8 Zerstörer und 8 Truppentransporter, gingen ebenfalls verloren. 360.000 alliierte Soldaten starben oder wurden verwundet. Darunter waren allein 55.000 bis 85.000 gefallene Franzosen und rund 10.000 gefallene Briten. 1,9 Millionen Soldaten kamen in Kriegsgefangenschaft, mehr als die Hälfte davon waren Franzosen. Zwischen 25.000 und 40.000 Franzosen überlebten die Kriegsgefangenschaft nicht. Über 5000 auf alliierter Seite kämpfende Polen wurden getötet oder verwundet. 13.000 flohen in die Schweiz und wurden dort interniert, 16.000 gingen in die Gefangenschaft. Während des Krieges wurden mehrere Kriegsverbrechen durch Einheiten der Wehrmacht und durch SS-Einheiten verübt. Es kam hierbei zu Massenerschießungen von Zivilisten und von gefangenen gegnerischen Soldaten. So wurden zum Beispiel bei Winkt am 27. Mai über 130 Zivilisten getötet, nachdem es hieß, dass Partisanen Angriffe gegen deutsche Soldaten durchgeführt hätten. Am gleichen Tag wurden in Le Paradi 99 britische Kriegsgefangene durch das 2. SS-Totenkopf-Regiment ermordet. Angeblich hatten diese völkerrechtswidrige Dumm-Dumm-Geschosse eingesetzt. Es ist allerdings eher zu vermuten, dass sich die SS für die schweren Verluste, die sie im Kampf gegen die Briten erlitten hatte, rächen wollte. Der deutsche Sieg über Frankreich markiert einen Wendepunkt des 2. Weltkrieges. Der Sieg steigerte die Popularität Hitlers im Deutschen auf den Höhepunkt. Weder vorher noch nachher war Hitler so beliebt. Selbst Regimegegner konnten sich der Euphorie nicht entziehen und vielleicht das einzige Mal während des 2. Weltkrieges gab es so etwas wie Kriegseuphorie in Deutschland. Zwölf Generäle wurden im Juli in den Rang eines Feldmarschalls erhoben. Die Generäle Mannstein, Guderian und Rommel, die für den Sieg entscheidend waren, gehörten jedoch nicht dazu. Großbritannien war nun der letzte Kriegsgegner des Deutschen Reiches. Die Schockwirkung des deutschen Sieges hatte globale Auswirkungen. Die USA begannen die Briten stärker zu unterstützen, zunächst jedoch nur mit materiellen Lieferungen. Der Sowjetunion wurde schlagartig bewusst, dass der Krieg in Westeuropa nicht lang und mühselig wie der Erste Weltkrieg sein würde und dass es nicht zu einer vergleichsweise simplen Sowjetisierung Europas kommen würde. Japan schaute mit Interesse auf die deutschen Erfolge und bekam ein gesteigertes Interesse an den fernöstlichen Kolonien der europäischen Mächte. Wie ging es nun für Frankreich weiter? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es das besetzte Frankreich so nicht gab, da Frankreich in mehrere Stücke zerteilt wurde. Im äußersten Norden wurden die Departements Nord und Pas-de-Calais unter die Kontrolle der Militäradministration in Belgien gestellt. Elsass-Lothringen wurde vom Deutschen Reich annektiert und als neue Provinz verwaltet. Im Südosten besetzte Italien einen schmalen Gebietsstreifen. Der Norden und Westen Frankreichs verblieb unter deutscher Militärverwaltung, da er für den Krieg gegen Großbritannien und den Krieg im Atlantik entscheidend war. Der Süden Frankreichs blieb jedoch unbesetzt. Da Paris besetzt war, wurde die französische Regierung unter Marshal Pétain nach Vichy verlegt, weswegen man diese Zone auch Vichy-Frankreich nennt. Vichy-Frankreich behielt die französischen Kolonien unter eigener Kontrolle. Im besetzten Teil Frankreichs herrschte eine deutsche Militärverwaltung, die sich auch um die zivilen Aspekte des Lebens kümmerte. Die französische Regierung in Vichy war angewiesen, die deutsche Militärverwaltung in Nord- und Westfrankreich zu unterstützen. Es wurde den Franzosen zugesagt, dass diese Besatzung nur für die Dauer des Krieges anhalten würde, aber da sich der Krieg in die Länge zog, gab es keine Perspektive für einen Friedensschluss mit Deutschland und ein Ende der Besatzung. Vichy-Frankreich kollaborierte auf verschiedensten Ebenen mit den deutschen Besatzern. Der sich schnell bildende Widerstand, die Résistance, wurde auch von Vichy-Frankreich bekämpft. Viele Franzosen unterstützten die Deutschen zudem als Arbeiter in den Häfen und Werften, was der Kriegsmarine zugute kam. Vichy-Frankreich zeigte sich auch in der Judenfrage kooperativ. Schließlich meldeten sich tausende Franzosen freiwillig für den Dienst in der Waffen-SS, mehr dazu in Episode 112. Vichy-Frankreich musste die Besatzungskosten durch die Wehrmacht tragen. Die Wirtschaft des Landes litt stark unter der neuen Situation. Die französische Armee wurde auf rund 100.000 Mann reduziert, die Gendarmerie auf 60.000 Mann. Ähnlich wie die Reichswert zur Weimarer Zeit wurden der französischen Armee moderne Waffen entzogen, so war zum Beispiel der Besitz von Panzern verboten. In den Kolonien waren jedoch zehntausende französische Soldaten verblieben und diese besaßen auch weiterhin Panzer, wenn auch meistens veraltete Modelle aus dem Ersten Weltkrieg. Im Gegensatz zur Reichswehr war es den Franzosen erlaubt, eine kleine Luftwaffe zu behalten. Das Vichy-Regime war autoritärer Natur und keine Demokratie. Tatsächlich verbreitete das Vichy-Regime die These, dass die Kriegsniederlage gegen Deutschland nur aufgrund der Demokratie und Korruption im demokratischen Frankreich möglich gewesen war. Entsprechend wurden demokratische Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt, gewählte Institutionen durch vom Staatschef Ernannte ersetzt und so weiter. Das französische Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurde durch Arbeit, Familie, Vaterland ersetzt. Pétain behielt jedoch die französische Flagge und Nationalhymne, Parteien wurden nicht verboten und Faschisten beteiligten sich nicht an der Regierung. Vichy-Frankreich unterhielt auswärtige Beziehungen. Deutsche Verbündete sowie viele neutrale Länder erkannten Vichy-Frankreich an, so auch die Sowjetunion und die USA. Die Sowjetunion beendete ihre Beziehungen zu Vichy-Frankreich erst am 30. Juni 1941, nachdem Vichy die Invasion der Sowjetunion gut geheißen hatte. Die USA werteten General de Gaulle erst nach ihrem Kriegseintritt auf. Vichy-Frankreich hatte diverse militärische Konflikte durchzustehen. Direkt im Juli 1940 gab es mehrere Gefechte mit den Briten, die versuchten zu verhindern, dass die in Nordafrika stationierte französische Flotte jemals den Deutschen in die Hände fallen würde. Bei britischen Angriffen von der See und aus der Luft wurden bei Mers-el-Khebir, Oran und Dakar mehrere französische Schiffe versenkt oder schwer beschädigt. Darunter die Schlachtschiffe Bretagne, Richelieu und Dünkerk. Dies führte zum Ende der Beziehungen zwischen Großbritannien und Vichy-Frankreich und zu einer Quasi-Kriegssituation zwischen den beiden Ländern. Im September 1940 versuchten Commonwealth-Streitkräfte der Briten, Kanadier und Australier den französischen Kriegshafen in Dakar zu besetzen, scheiterten jedoch und hatten dabei starke Verluste zu verzeichnen. Das Schlachtschiff HMS Resolution wurde dabei schwer beschädigt. Im Sommer 1941 kam es zu kämpfen zwischen alliierten Truppen und Vichy-treuen Truppen in Syrien und Libanon. Die Briten waren in Sorge, dass es nach den deutschen Siegen in Griechenland und Kreta zu weiteren Operationen im Nahen Osten kommen würde. Es gelang den Briten, die Franzosen in Syrien und Libanon zu schlagen und die beiden Kolonien unter die Kontrolle der freien Franzosen unter General de Gaulle zu bringen. Von Mai bis November 1942 kam es zudem zu kämpfen zwischen Commonwealth-Truppen und Vichy-Truppen in der französischen Kolonie Madagaskar. Hier war das Ziel, Madagaskar als strategisch wichtigen Marinehafen für deutsche und japanische U-Boote aus dem Spiel zu nehmen. Aufgrund der großen Landfläche und den vergleichsweise kleinen Streitkräften, die zum Einsatz kamen, hatten die Kämpfe einen eher kleinen Charakter und endeten mit einem Sieg der Alliierten. Im fernen Osten war die Rolle Vichy-Frankreichs etwas unklarer. Japan nutzte die Schwäche Frankreichs nach der Kriegsniederlage in Europa, um seinen Einfluss deutlich auszuweiten. Französisch Indochina, die heutigen Staaten Laos, Vietnam und Kambodscha, wurden im September 1940 besetzt. Dabei kam es zunächst zu Kampfhandlungen, die jedoch durch Verhandlungen nach wenigen Tagen eingestellt wurden. Französische Truppen und Beamte verblieben in Freiheit, wenn auch unter japanischer Aufsicht. Ebenso wie die Japaner versuchten die Thais nach der französischen Niederlage in Europa, ihre Grenze auf Kosten der französischen Kolonie auszuweiten. Von Oktober 1940 bis Mai 1941 kam es zu Kämpfen zwischen Thailand und Frankreich im indonesisch-thailändischen Grenzgebiet. Am Ende vermittelten die Japaner einen Waffenstillstand und die Franzosen mussten einige der umstrittenen Gebiete abtreten. Die französisch-japanische Koexistenz verschlechterte sich jedoch rapide im Sommer 1944, nachdem Frankreich von den Alliierten in Europa befreit worden war. Um die mögliche französische Gefahr in Indochina zu bannen, versuchten die Japaner im März 1945 die Franzosen zu überwältigen. Dies gelang ihnen nach zweimonatigen Kämpfen Mitte Mai 1945 endgültig. Die französische Indochina-Kolonie wurde aufgelöst und durch die Marionettenstaaten Vietnam, Laos und Kambodscha ersetzt. Einige französische Kolonien schlossen sich frühzeitig den freien Franzosen an. Dies half unter anderem den amerikanisch geführten Alliierten Streitkräften im Krieg gegen Japan ab Dezember 1941, da somit Basen und Stützpunkte im indisch-pazifischen Raum zur Verfügung standen. Bezüglich der französischen Kolonien gibt es noch viel mehr zu erzählen, aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Kehren wir daher nach Europa zurück und werfen wir einen Blick auf einen weiteren Aspekt des Vichy-Regimes und seiner Kollaboration mit dem Deutschen Reich. Nach Kriegsende 1940 forderten die Deutschen die Auslieferung all derer, die in Frankreich Schutz vor Verfolgung in Deutschland gesucht hatten. Die Franzosen lehnten dies zwar ursprünglich ab, konnten sich hier jedoch nicht durchsetzen und lieferten die betroffenen Personen an Deutschland aus. Im Oktober 1940 kam es zu einem persönlichen Treffen zwischen Pétain und Hitler, bei dem eine breite Kooperation beider Staaten beschlossen wurde. Eine starke Kraft für diese Kooperation auf französischer Seite war Pierre Laval, der lange Zeit Regierungschef von Vichy Frankreich war. Deutschland hielt sich anfangs erstaunlich zurück, wenn es um interne französische Angelegenheiten ging. Pétains Regierung unternahm aus eigenem Antriebsschritte gegen unerwünschte Bürger. Dazu zählten Juden, Einwanderer aus dem Mittelmeerraum, Freimaurer, Kommunisten, Zigeuner, Homosexuelle und Sozialisten. 15.000 Franzosen, die meisten Juden, verloren zwischen Juni 1940 und August 1944 ihre Staatsbürgerschaft. Tausende dieser Unerwünschten landeten in Internierungslagern und wurden später von dort in die Konzentrations- und Vernichtungslager abtransportiert. Zu den Unerwünschten kamen noch politische Gefangene, antifaschistische Spanier, die nach der Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg vor Franco geflüchtet waren, und weitere Personen. Die Vichy-Regierung eröffnete und betrieb zu diesem Zweck auch Internierungslager im besetzten Frankreich. Ab Dezember 1942 galten Rassehygienegesetze in Vichy-Frankreich. Die Paare zwangen sich im Falle einer Hochzeit einer biologischen Untersuchung zu unterziehen. Es kam zudem ab August 1940 zu antijüdischen Gesetzen durch die Vichy-Regierung. Ab September 1940 mussten sich Juden im besetzten Frankreich bei der Polizei oder anderen Behörden melden. Ab Oktober 1940 durften Juden nicht mehr in der Verwaltung, den Streitkräften, in Kunst und Kultur, den Medien, Schulen, Universitäten oder als Ärzte oder Juristen in Frankreich arbeiten. Sie waren offiziell Bürger zweiter Klasse. Im Februar 1942 wurden ihnen Radios und Telefone abgenommen. Sie durften gewisse Plätze und öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr nutzen und ab bestimmten Uhrzeiten nicht mehr auf der Straße sein. Die ersten Massenverhaftungen und Deportationen von Juden fanden ab Sommer 1942 statt. Dabei wurden die Deutschen tatkräftig von den Franzosen unterstützt. 1940 lebten rund 350.000 Juden in Frankreich. Rund 77.500 davon überlebten den Krieg nicht. 76.000 landeten in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Nur wenige davon überlebten. Lange Zeit trennte die französische Regierung zwischen Frankreich und dem Vichy-Regime und sah deshalb keinerlei Mitverantwortung Frankreichs für den Holocaust. Diese Haltung änderte sich erst unter Präsident Chirac im Jahr 1995. Unter dem Vichy-Regime erlebte Frankreich einen starken Rechtsschwenk und einen gesellschaftlichen Schritt zurück. Es fanden praktisch keine Wahlen statt. Der Einfluss der Regierung auf das tägliche Leben und die Wirtschaft nahm stark zu. Die Rolle der Frau wurde auf das Mutterdasein beschränkt. Dies ging so weit, dass Frauen aus den Verwaltungen zwangsweise entlassen wurden. Die Medien produzierten antisemitische und antikommunistische Inhalte am laufenden Band und konservativ-katholische Personen wurden die neue Oberschicht. Die Wirtschaft wurde stark auf deutsche Interessen ausgerichtet. Ab Herbst 1942 wurden Arbeiter nach Deutschland deportiert, um dort als Zwangsarbeiter in der Rüstung zu arbeiten. Dies betraf über 1,1 Millionen Franzosen bis Kriegsende. Die Nahrungsmittelsituation in Frankreich war während der Besatzung angespannt. Auch hier herrschten Mangel und Rationierungen. 20% der französischen Nahrungsmittelproduktion wurde von Deutschland beschlagnahmt. Und die Produktion sank aufgrund von Mangel an Arbeitskräften, Treibstoffen und Düngemitteln insgesamt ab. Der Schwarzmarkt nahm an Bedeutung stark zu. Der französische Widerstand formierte sich bereits im Juni 1940. Wichtig zu wissen ist, dass sich der Widerstand aus vielen verschiedenen Richtungen speiste. So gab es Goalisten, Kommunisten, Sozialisten, Juden, Frauen und andere Triebkräfte im französischen Widerstand. Bewaffneter Widerstand begann verstärkt ab 1941 und bekam einen enormen Schub, als mit der Niederlage bei Stalingrad ein Wendepunkt im Krieg erreicht wurde. Mehr und mehr Menschen strömten in den Widerstand. Der intensivere Kampf der Resistanz provozierte immer schärfere Gegenmaßnahmen der Deutschen, was wiederum noch mehr Menschen in den Widerstand trieb. Selbst Menschen, die nicht aktiv im Widerstand kämpften, versorgten Widerstandskämpfer mit Materialien oder anderer Hilfe, versteckten abgeschossene alliierte Flieger oder hörten regelmäßig die verbotenen Sendungen der BBC im Radio. Die Alliierten unterstützten mit Agenten und Waffenlieferungen aus der Luft die Resistanz in Frankreich und koordinierten mehrfach Aktionen mit den Untergrundkämpfern. Das besetzte Frankreich im Norden und Westen wurde in den Jahren 1940 und 1941 stark militärisch von der Wehrmacht genutzt. Einerseits befanden sich hier die Basen, von denen aus die Luftschlacht um England im Herbst 1940 geführt wurde. Von hier aus hätte auch die Invasion Englands durchgeführt werden sollen, die dann jedoch nicht mehr stattfand. Nach dem Scheitern der Luftoffensive bei Tag war Frankreich dann Stützpunkt für Nachtbomberangriffe auf England. In Frankreich wurden auch erste elektronische Navigationshilfen der deutschen Luftwaffe installiert, mit denen die deutschen Bomber auch ohne Sicht ihrer Ziele finden sollten. Die französische Atlantikküste wurde ein wichtiger Stützpunkt für deutsche Seestreitkräfte. Der Hafen von La Rochelle wurde ein wichtiger U-Boot-Stützpunkt und erhielt einen bombensicheren U-Boot-Bunker. Großkampfschiffe wie die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisendau fanden in Häfen wie Brest einen Stützpunkt. Im Rahmen von Unternehmen Cerberus mussten die schweren Überwassereinheiten jedoch im Februar 1942 nach Deutschland zurückverlegt werden. Dabei durchbrachen sie erfolgreich den Kanal und demütigten damit die Briten. Auch wenn die Operation an sich ein Rückzug war. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion reduzierte die Wehrmacht ihre Luft- und Landstreitkräfte in Frankreich deutlich. Die Küste wurde jedoch im Rahmen des Atlantik-Wallprojektes stark befestigt, um eine alliierte Invasion abzuwehren. Im November 1942 besetzten die Alliierten Nordafrika im Rahmen von Operation Torch. Als direkte Gegenmaßnahme befahl Hitler die militärische Besetzung von Korsika und des bisher unbesetzten Frankreichs. Die Vichy-Regierung hatte zwar weiterhin die nominelle Herrschaft in dem Gebiet, faktisch stand es nun aber auch unter deutscher Militärherrschaft. Die Deutschen versuchten dabei, die französische Flotte im Hafen von Toulon zu erbeuten, diese versenkte sich jedoch selbst. Drei Schlachtschiffe, sieben Kreuzer, 28 Zerstörer und 20 U-Boote gingen somit verloren. Hitler sah dies jedoch nicht als Problem, sondern eher als Erfolg an, da sich diese Schiffe nun nicht mehr den freien Franzosen anschließen konnten. Alliierte Angriffe auf Frankreich nahmen speziell 1944 rapide zu. Schwere Luftangriffe galten in Verkehrsknotenpunkten in Nordfrankreich und sollten deutsche Truppenbewegungen während der Invasion erschweren bzw. stoppen. Die Resistanz bereitete sich ebenfalls auf Sabotageangriffe in großem Stil vor und koordinierte sich mit den Alliierten. Als die Invasion dann am 6. Juni 1944 stattfand, sorgte eine Mischung aus Sabotageakten und alliierter Luftherrschaft für schwere Behinderungen der Deutschen am Boden. Mitglieder der Resistanz versuchten nun die Deutschen offen anzugreifen, um Teile Frankreich noch vor dem Eintreffen der Alliierten zu befreien bzw. die Deutschen empfindlichst zu treffen. Dies scheiterte in den meisten Fällen, da die Resistanz trotz allem nicht stark genug war, die Wehrmacht oder die Waffen-SS in offener Feldschlacht zu besiegen. In einigen Fällen kam es zu Racheaktionen der Deutschen. Der bekannteste Fall ist vermutlich das Massaker von Oradour-sur-Glane, wo am 10. Juni 1944 642 französische Zivilisten durch Mitglieder der SS-Division das Reich ermordet und das Dorf in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Invasion der Alliierten in der Normandie war zwar erfolgreich gewesen, es dauerte jedoch bis August 1944, um die deutschen Abwehrlinien entscheidend zu durchbrechen. Paris wurde erst am 25. August 1944 befreit. Danach ging es jedoch schnell. Die deutschen Truppen waren bei Falaise eingekesselt worden. Zwar konnten sich einige befreien, allerdings war die Front in Frankreich mehr oder weniger zusammengebrochen. Mitte August erfolgte zudem eine zweite Landung in Frankreich, diesmal im Süden im Rahmen von Operation Dragoon. Diese Landung ist weniger bekannt, weil weniger spektakulär. Sie traf nur auf verhältnismäßig geringen Widerstand, da in Südfrankreich nur relativ schwache deutsche Truppen standen, die den Alliierten kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Die Deutschen mussten sich schnell zurückziehen, um nicht durch den Alliiertenvormarsch in Nordfrankreich eingekesselt zu werden. Im Frühherbst 1944 war der Großteil Frankreichs befreit worden und eine neue Frontlinie hatte sich in der Nähe der alten französischen Grenzen etabliert. Die Führung Vichy Frankreichs war im August 1944 nach Deutschland gebracht worden und etablierte in Sigmaringen eine Exilregierung. Marshal Pétain weigerte sich jedoch aktiv an dieser mitzuarbeiten. Etwa 6000 Franzosen, die meisten Kollaborateure, Soldaten und Waffen-SS-Männer, arbeiteten in dieser Enklave. Gleichzeitig wurde in Frankreich unter der neuen Regierung die Französische Republik wiederhergestellt. Die letzten deutschen Truppen verließen französischen Boden erst 1945. Einige Küstenstädte waren von Hitler-zu-Atlantik-Festungen ernannt worden und wurden teilweise monatelang belagert. Die letzten dieser Festungen, La Rochelle, Dünkirchen, Lorient und Saint-Nazaire kapitulierten erst Anfang Mai 1945. Bei der Befreiung von Elsass-Lothringen stießen die Alliierten-Truppen auf das Konzentrationslager Natzweiler, das einzige KZ auf französischem Boden. Französische Truppen unterstützten die Alliierten-Verbände bei der Besetzung Deutschlands und trotz der Niederlage 1940 erhielt Frankreich bei Kriegsende den Status einer Siegermacht und eine deutsche Besatzungszone. Das Ende der deutschen Besatzung läutete die Abrechnung mit Kollaboratoren ein. In den ersten Wochen nach der Befreiung wurden zahllose Kollaboratöre durch Selbstjustiz bestraft. Frauen, die sich mit Deutschen eingelassen hatten, wurden kahlgeschoren und aus der Gesellschaft ausgestoßen. Rund 10.000 Kollaboratöre wurden ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Nachdem die provisorische Regierung die Ordnung wiederhergestellt hatte, wurden Kollaboratöre vor Gericht gestellt. Es gab rund 120.000 Verfahren und 1.500 Todesurteile. Darunter waren auch Regierungschef Pierre Laval und Präsident Pétain. De Gaulle begnadigte Pétain zu lebenslanger Haft aufgrund seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg. Laval wurde jedoch nicht begnadigt. Rund 600.000 Franzosen starben während des Krieges aus unterschiedlichen Gründen. 40.000 starben innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Invasion in der Normandie aufgrund der Kampfhandlungen. 92.000 starben während der Kämpfe 1939-40. 58.000 starben im Dienst der freien Franzosen von 1940 bis 1945. 40.000 Elsässer und Lothringer starben in Diensten der Wehrmacht. 150.000 Zivilisten kamen aus verschiedenen Gründen ums Leben. 1,9 Millionen Franzosen waren Kriegsgefangene oder Deportierte. 240.000 davon starben. Die Kriegserfahrungen zeichneten Frankreich schwer. Das Bewusstsein der Unbesiegbarkeit, welches sich nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte, war 1940 gründlich erschüttert worden. Aus den Leistungen der freien Franzosen und der Résistance, die geradezu mythischen Status hat, zogen die Franzosen jedoch neue Kraft und neuen Stolz. Die Beziehungen zwischen Franzosen und Deutschen waren nach dem Krieg besonders schlecht. Allerdings machten Präsident der Gohl und Bundeskanzler Konrad Adenauer die deutsch-französische Aussöhnung zur Chefsache und konnten dadurch einen langfristigen Prozess zur deutlichen Verbesserung der Beziehungen einleiten. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.